Wir schauen auf den Ukraine-Krieg. Russland wirft der ukrainischen Armee vor, einen Angriff auf eine Konzerthalle in Donetsk verübt zu haben. Das Ziel, so eine Zeremonie für das russische Militär gewesen sein. Und nach Angaben aus Moskau wurde dabei auch die russische Schauspielerin Polina Menchik getötet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben aus dem Kriegsgebiet allerdings nicht. Herr Kiel veröffentlichte dagegen Bilder über einen erfolgreichen Schlag gegen einen Stützpunkt russischer Spezialkräfte in der Region Kherson. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Standort des Videos anhand der nahegelegenen Gebäude- und Straßenführung bestätigen. Wann die Aufnahmen gemacht wurden, das ist allerdings unklar. Damit schauen wir zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen Christoph. Ja, das Wetter hat sich geändert. Wir haben jetzt die sogenannte Rasputiza, also die Schlammzeit. Und die Front bleibt hart umkämpft. Sowohl der ukrainische Präsident Zelensky als auch seine Militärs haben bestätigt, dass es eine schwierige Lage für die Ukraine, besonders im Osten des Landes sei. Welche Informationen hast du über diese Ereignisse aus Moskau? Wir konzentrieren uns an diesem Tag auf Avdeevka, wie wir das schon in der Vergangenheit sehr häufig getan haben. Aber das ist nun mal der Ort, in dem am heftigsten gekämpft wird. Und wenn man den russischen Kriegsbloggern glauben darf, und häufig zitiere ich ja Juri Padalaka, diesen pro-russischen Ukrainer, dann ist der Druck der russischen Kräfte in Avdeevka vehement, also äußerst intensiv, was da passiert. Avdeevka ist ein Halbkessel in der Provinz Donetsk, in unmittelbarer Nähe der gleichnamigen Regionalhauptstadt Donetsk. Das sind vielleicht 14, 15 Kilometer nordwestlich. Eine Kleinstadt, die die Ukrainer zur Festung ausgebaut haben seit 2014 mit starken Verteidigungsanlagen. Und da greifen die Russen an seit Wochen, und das ist ihnen da auch vor einigen Tagen wohl gelungen, ganz in der Tiefe des Kessels ein Industriegebiet zu nehmen. Das Industriegebiet von Avdeevka, und das wird jetzt wohl schon zum Großteil von russischen Kräften kontrolliert. Und es wird da, wie auch russische Kriegsblogger beschreiben, alles eingesetzt, was fliegt. Da haben wir diese Gleitbomben, 500 Kilogramm Bomben, Streubomben, 500 Kilogramm ebenfalls. Und das Interessante ist, dass da niemand mehr ein Geheimnis draus macht von russischer Seite, dass man eben jetzt dazu übergegangen ist, gerade in Avdeevka stark mit Streumunition zu arbeiten. Und das, so heißt es, würde dem Gegner eben große Verluste zufügen. Und das sei die Antwort darauf, was die Ukrainer eben seit geraumer Zeit auch tun. Die Ukraine ist ja vom Westen auch mit Streumunition beliefert worden. Und das ist klar und das streitet auch niemand ab. Also Avdeevka stark umkämpft. Und ich habe so den Eindruck, dass die Intensität der Kämpfe gerade um diesen neuralgischen Punkt immer größer, immer stärker wird. Und dass es Russland da wohl tatsächlich gelingt, sich Meter für Meter wie eine Walze voranzuarbeiten, mit dem Ziel, die ukrainischen Truppen in Avdeevka eben einzukesseln. Wenn wir noch runtergehen zum großen Problem Russlands in die Provinz Jasson, das ist nach wie vor das östliche Dneperufer, wo die Ukrainer ihre Brückenköpfe halten, gerade um Krinki. Da sind die Ukrainer äußerst hartnäckig und schaffen es tatsächlich, diesen großen Druck der Russen standzuhalten, haben da ihre Position in diesem kleinen Ort Krinki. Es wird allerdings berichtet, dass es wegen der Kälte für die ukrainischen Kräfte dort immer heikler wird, weil sie gar keine Winterausrüstung dort haben sollen oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie das bräuchten. Und da wird hier jetzt berichtet, dass da schon Soldaten gefangen genommen wurden mit massiven Erfrierungen an den Beinen. Wie gesagt, das ist alles die russische Position, die ich schildere. Und inwieweit das alles eins zu eins tatsächlich glaubwürdig ist, kann ich nicht beurteilen. Man muss immer die ukrainische Seite auch hören, um dann einen Mittelweg zu finden bei der Interpretation, um ungefähr zu verstehen, was in diesem Krieg passiert. Ja. Ja.